Die Musikschule Bruck an Amur hatte geladen und viele Musikbegeisterte folgten der Einladung zum Big Band Konzert der Musikschule Bruck. Und dieses Konzert hatte schon große Tradition. Die Big Band Bruck veranstaltet alljährlich ein Konzertevent, das projektartig aufgezogen wurde. Und zwar in dieser Form, dass der erste Teil des Konzertes mit Nachwuchsschülern, Nachwuchsensembles besetzt wurde. Und der zweite Teil mit der großen Big Band, die sich aus Lehrern, Studenten und auch ehemaligen Schülern zusammensetzt, veranstaltet wird. Die Jugend ist ja ein wichtiger Bestandteil in der Musik und die Besucher bekamen bei diesem Konzert Tolles zu hören. Wir werden heute eher stilistisch Stücke aus der Funk, Rock und auch Latin Musik hören. Das sind dann solche Gassenhauer, müsste man fast sagen, wie Birdland oder Spinning Wheel. Dass das Big Band Konzert mit dem Geburtstag von Musikschuldirektor Johann Kügerl zusammenfiel, war vielleicht eher Zufall. Das kann ich nicht genau sagen, aber es scheint zu sein und wir nehmen die Herausforderung aus und werden versuchen eine Kleinigkeit unter Umständen zu bringen. Das werden wir noch sehen. Feine Musik in einem tollen Rahmen. Das Big Band Konzert der Musikschule Bruck an der Mur macht Lust auf mehr.